Zwei Bier sind offen, die Chipstüte ist geöffnet, also steht einem gemütlichen Dia-Abend nichts mehr im Wege. Ja, genau. Erinnert ihr euch noch an Dia-Abende zu Hause? Früher, die ganze Familie sitzt zusammen, der ungeliebte Onkel qualmt euch mit der Zigarre voll und jemand erzählt von seinem Urlaub, zeigt die schönen Fotos. Damals wahrscheinlich eher keine Videos, aber Fotos gab es schon. Und genau dasselbe machen wir heute mit euch gemeinsam. Ein Zuschauer unseres Kanals hat uns sein gesamtes Bilder- und Videoarchiv vom Urlaub hier in Thailand zur Verfügung gestellt. Und wir sagen noch mal Danke, Frank. Die Tour geht von Pattaya nach Banpeh nach Koh Samet. Und von Koh Samet geht es dann weiter nach Koh Samui. Koh Samui. Also die komplette Thailand-Tour hier mit euch gemeinsam. Wir wünschen euch viel Spaß, gute Unterhaltung und Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wir sind mal wieder auf Cosamed. Seit langer Zeit. Ganz schön Betrieb hier. Abgesehen von diesen scheiß Masken, die sie hier immer noch alle tragen, merkt man eigentlich, finden den ganzen Maßnahmen nichts mehr. Dann wird doch mal Zeit so, dass der Scheiß endlich aufhört. Untertitelung. BR 2018 So, Tagesausflug ist beendet. Wir sind wieder zurück im Hotel. Auto ist wieder abgegeben. Wie gesagt, ganzer Tagespreis 1100 Watt. Ungefähr fünf Stunden haben wir das Auto genutzt und waren mit Abstechern zu den ganzen Zielen in 74 Kilometern um die Insel rum gewesen. Untertitelung. BR 2018 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 Und morgen Morgen früh geht es dann ab nach Bangkok und weiter nach Koh Samui für eine Woche, beziehungsweise acht Tage. Der Urlaub geht weiter. Untertitelung. BR 2018 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 So, willkommen auf Koh Samui. Flieger war alles okay gewesen. Nicht mal eine Stunde gebraucht, ob es eine Stunde Fluchtzeit sein sollte. 50 Minuten waren wir da gewesen. Wunderschönes Hotel hier, Anlage auch nicht so überlaufen. Flieger war auch nur dreiviertels voll. Bleiben wir uns zwei Tage hier und dann fahren wir mal zwei Tage nach Koh Tau rüber und dann kommen wir wieder zurück. So, Taxi haben wir gar nicht gebraucht. 200 Meter vom Hafen ist unser Hotel. Hat unsere Reiseleiterin auch wieder organisiert. Ja, schauen wir mal. Also, das Hotel sieht gar nicht so schlecht aus. Müssen aber noch 20 Minuten warten, weil das Zimmer noch nicht fertig ist. Gehen wir gemütlich mal noch irgendwas trinken. 1200 Grad soll es wohl pro Nacht kosten. So, kleine Zwangspause vor dem nächsten Ausflugsziel. Aber es klart schon wieder auf. Ich denke mal, 10 Minuten, Viertelstunde können wir uns dann mal aus dem Auto rausgetrauen. So, wie vermutet, 10 Minuten später. Regen hat aufgehört. Ein richtiger Wasserfall ist das jetzt in dem Sinne zwar nicht. Aber wird ein bisschen mehr von der Insel erkundet. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, heute machen wir mal eine kleine Inselerkundung. Haben wir uns ein Auto ausgeliehen. Umgerechnet 30 Euro vom ganzen Tag. Jetzt sind wir hier an so einem ersten Aussichtspunkt. Das soll irgendwie so Oma- und Opa-Felsen sein. Opa-Sein-Teil kann man erkennen, aber von der Oma ist nichts zu sehen. Bis später. So, wir machen einen kleinen Abendspaziergang. Weil hier durch die Bucht sind jetzt vom Hotel gesehen rechts rumgegangen. Da hier dort bei Niedrigwasser kommt man noch rüber auf die andere Seite. Wenn es dann steigt, sieht es schlecht aus. Wunderschöner Ausblick. Sonnenuntergang. Herrliche Insel hier. Okay, ich muss mich korrigieren. Weil hier drüben auf diese kleine Insel kommt man nur mit dem Boot. Selbst bei Eppel ist es zu tief zum Durchlaufen. Aber dieses einsame Stück Land, Ressort ist da drüben drauf oder irgend so was, ist nur per Boot erreichbar. Wie heißt das? Das war's. Rund, 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 rund in my head I can't go. No, 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 no. So I think about, think about, think about, think about, think about, think about her. What did I do? What did I do? Ooh, I like it, baby. So tonight, I see you guys in the house tonight. Thank you so much for the support of us tonight. I do like to appreciate it. Thank you so much. I hope you enjoyed it. I have a great time with art for tonight. The Queen's Covering Show also, we perform it every night. We start from 9pm, every night we have the break show, we take the show every night. Guys, you can enjoy our show and take a picture if we like you on the step. Tonight, thank you so much for coming. I hope you have a great, nice student time with art for the show. Thank you. Thank you. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck. We don't give a fuck. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. We don't 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 give a fuck. Untertitelung. BR 2018